Einige von euch sind mit Seniorenheimen schon mal in Berührung gekommen, weil vielleicht die Großeltern dort gepflegt werden. Andere haben überhaupt keine Vorstellung, was sie da erwartet vom Alltag und den Aufgaben, die in so einem Seniorenheim anfallen. An der OBS-Molitorisschule Hasum hat sich Melanie Lavrenz etwas überlegt, damit sich Schüler ganz praxisnah ein Bild machen können. Frau Lavrenz, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Sie leiten das Seniorenheim-Pflegeprojekt an der Molitorisschule. Was wird denn dort konkret gemacht? Genau, also Pflege ist im Prinzip nur ein Aspekt. Wir haben ein Seniorenheim-Projekt. Dieses Seniorenheim-Projekt besteht aus mehreren Bausteinen, ist für alle Schüler möglich der Schule. Wir bieten unter anderem Kochprojekte in der Schule an, wo die Senioren kommen und alle Klassen mit den Senioren kochen können. Wir bieten Besuchsprojekte im Nachmittagsbereich an, wo Schüler in die Seniorenheime gehen. Wir bieten gemeinsame Feiern an und Berufsorientierung für den Profil Kurs Gesundheit und Soziales. Die Schüler, die an dem Projekt teilnehmen, haben das Profil Gesundheit und Soziales gewählt. Was sind noch Voraussetzungen, um an dem Projekt teilnehmen zu können? Also einige Schüler haben den Profil Kurs Gesundheit und Soziales gewählt. Der ist wählbar in Niedersachsen ab Klasse 9 im Realschulbereich. Wenn man an diesem Profil Kurs teilnehmen möchte, dann sollte man Interesse an den Berufen aus dem Bereich Ernährung und Hauswirtschaft, Gesundheit und Pflege oder Sozialpädagogik mitbringen. Man sollte Bereitschaft mitbringen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und eben auch Lust haben, sich über den Unterricht hinaus zu engagieren. Aber dieses Miteinander, die Bereitschaft, die Lust, mit anderen für andere was zu tun, die sollten natürlich alle Schüler, die mitmachen, mitbringen. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind denn derzeit mit dabei und wie oft kommen da Treffen zustande? Momentan sind wir ein bisschen ausgebremst durch Corona, weil die Seniorenheime natürlich hohe Auflagen haben, was die Besuche betrifft. Deswegen findet so der Austausch miteinander über Projektkisten oder ähnliches statt. Aber vor Corona waren schon monatlich eine Klasse am Kochprojekt beteiligt und im Profil sind es auch über 60 Schüler, die dort dann auch schwerpunktmäßig die Berufsorientierung machen. Also das sind ja schon eine ganze Menge. Wie sieht es denn mit dem Feedback aus, was Sie bekommen? Also nicht nur von Schülern, vielleicht auch von den Senioren und vielleicht auch von den Eltern der Schüler? Ja, das ist natürlich recht vielfältig. Also die Senioren, die sind natürlich begeistert, dass die Schüler kommen, dass dieser Kontakt da ist, dass der Austausch da ist. Die Schüler bekommen ja auch die Reaktion gleich von den Senioren eben. Die Senioren sagen schon, es war schön, dass ihr da wart oder es war gut, was ihr mit uns gemacht habt. Und die Eltern sehen es natürlich auch als weitere Chance, sich einmal außerschulisch zu engagieren und auch erste Erfahrungen im Berufsbereich Pflege zu sammeln. Und was würden Sie sagen, macht das Schülerinnen und Schülern Lust, in dem Bereich Pflege zu arbeiten oder schreckt es sie vielleicht ab? Vielen Schülern fehlt ja einfach die Erfahrung dieser Kontakt zwischen Jung und Alt. Und dieses Projekt dient eben auch dazu, Berührungsängste miteinander abzubauen und ist für viele dann doch schon der erste Einblick und zeigt, ja Mensch, also das ist ja doch gar nicht so, wie ich mir das vielleicht in der Theorie ausgemalt habe. Es gibt immer wieder auch Schüler, die sagen, es ist nichts für mich, aber auch das ist ja eine wichtige Berufsentscheidung zu sagen, ich möchte was anderes machen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die dann im Anschluss daran in Klasse 8 oder 9 auch genau in dem Seniorenheim, wo sie waren, bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Praktikum zum Beispiel absolvieren und sich vielleicht dann eben auch schon für die Ausbildung die richtige Einrichtung zu sichern. So kann es auf jeden Fall für die Schülerinnen und Schüler weitergehen. Wie geht es denn mit Ihrem Seniorenheim Pflegeprojekt weiter? Was ist da in Zukunft geplant? Wir hoffen natürlich, dass, wenn Corona es jetzt wieder zulässt, der persönliche Kontakt in den Seniorenheimen vor Ort auch einfach wieder stärker stattfinden kann. Sprich in Form von Orientierungsprojekten, Berufsorientierung vor Ort, von Projekten für die Senioren, mit den Senioren und eben auch für die ganze Schule, dass unsere Schüler auch im Nachmittagsbereich an ihren freien Nachmittagen dort vor Ort dann wieder mit den Senioren gemeinsam aktiv werden können. Was sagen Sie denn persönlich, warum ist es wichtig, dass Schüler frühzeitig solche Kontakte herstellen oder was ist das Wertvolle an diesem Projekt? Das Wertvolle liegt ja wirklich auf beiden Seiten, weil einfach viele Schüler heute relativ junge Großeltern haben. Also dieser richtige Kontakt zwischen Jung und Alt, wie wir immer in der Schule das Projekt so betiteln, der fehlt ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man von Anfang an diesen Kontakt eben auch pflegt, aufeinander zugeht, Verständnis füreinander entwickelt und vielleicht auch einfach sieht, welche Bedürfnisse haben eigentlich die unterschiedlichen Generationen und wie können die unterschiedlichen Generationen auch voneinander profitieren? Nun ist das Ganze ja ein Projekt an Ihrer Schule und wir haben jetzt auch Schüler von der OBS-Molitoris-Schule heute hier. Deswegen vielleicht nochmal so ein interner. Wenn ich jetzt zugucke als Schüler und möchte da gerne mitmachen, wie ist dann der Weg? Das kommt darauf an, was es für ein Projekt ist. Also das Kochprojekt, das ist ein Klassenprojekt. Da melden die Klassenlehrer dann die ganzen Klassen ein. Das Besuchsprojekt in den Seniorenheim, was nach Corona hoffentlich wieder stattfinden wird. Da werden die Schüler dann persönlich über die Klassenlehrer eingeladen, melden sich an und werden dann von mir darauf vorbereitet, bekommen Termine, gehen auch nur höchstens in der Zweiergruppe ins Seniorenheim, damit der Kontakt dann auch wirklich zu den Bewohnern intensiv ist. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, welcher Projektbaustein jetzt in Anspruch genommen wird. Und Projekt heißt also nicht AG? Ist das während der Schulzeit oder wie findet das statt? Das kommt auch drauf an. Das Kochprojekt findet ganz täglich dann während der Schulzeit statt. Das Seniorenheimberufsprojekt, genau, das finden die Kinder auch immer super. Das Seniorenheimbesuchsprojekt, das ist an den freien Nachmittagen, also an den Schüler keinen langen Unterricht haben. Und die Verzahnung mit dem Profilkurs Gesundheit und Soziales, die findet zum Teil im Unterricht, zum Teil aber auch im Nachmittagsbereich freiwillig statt. Gut, aber wir haben ja schon vorhin gehört, dass das auch eine schöne Referenz ist, die man vielleicht angeben kann, wenn man sich irgendwo bewirbt. Also ist es jetzt nicht nur Arbeit on top, sondern auch etwas, was einen selber wirklich weiterbringt. Ganz genau. Also für das Besuchsprojekt gibt es dann auch ein Zertifikat für die Bewerbungsmappe und natürlich auch einen Zeugniseintrag, damit eben das außerschulische Engagement auch deutlich wird. Sehr schön. Frau Leverenz, vielen lieben Dank für diese Einblicke in ein wirklich spannendes Projekt, das hoffentlich noch lange bestehen wird. Vielen Dank für's Zuschauen.